Yo Leute, willkommen zurück an der Ostfront. Wir sind jetzt in der Höhle von diesem komischen Monster, wo wir das Schwert Excalibur finden sollen. Machen wir uns gleich weiter auf die Suche. Nein, verdammt. Geh weg, geh weg, geh weg. Wie man schon merkt, habe ich jetzt eine andere Waffe, keine Ahnung warum. Und das leckt eben übelst brutal. Weg mit dir, weg mit euch. Verdammte Axt. Ich los mal total ab. Nun komm, ich habe mich nicht umsonst dabei nur in das Gesicht geschmiert. Bitte weg mit dir. Nun ja. Treffsicher ist unser Held nicht allzu sehr. Naja. Man könnte es so sagen, dass er überhaupt nicht trifft. Ach. Der Held nimmt deshalb einfach mal eine andere Waffe, würde ich sagen. Ähm. Er nimmt das Eisschwert. Nein. Weg mit dir. Level up. Wer hat das erwartet? Also ich nicht. Wir nehmen mal... Immunität. Ein paar Lebenspunkte mehr können nie schauen. Dann gehen wir mal hier lang. Ach, verdammt, wie ich diese Ebene gehasst habe. Ich glaube, da gibt es den Trick, habe ich zumindest mal gehört. Man tut einfach die Teile zu Schnee verwandeln und schiebt die vor sich hin. Das, der soll wahrscheinlich Lava darstellen. Mal schauen, ob das so hinhaut. Natürlich nicht. Ja. Falk ist auch überaus klug. Er rennt einfach mal durch Lava. Okay. Stammt mir das ganze Teil neu. Und fangen das ganze nochmal an. Weg da, weg da. Also ich renne jeden Tag durch Lava und mir passiert komischerweise nichts. Ich weiß nicht, wie das euch geht. Gut. Das hat nicht funktioniert. Bringt der Blockzauber da was? Ich versuch's jetzt einfach mal. Nein. Bringt gar nichts. Okay. Ich bleib beim Lebenszauber. Einfach. Hallo. Dino. Es ist ein T-Rex. Und gleich leer. Witzigerweise kann das Schwert nicht mal die Truhe vernichten. Aber es kann ein riesen Monster töten. Mhm. Und weil es so schön ist, kriege ich gleich eine Meldung von Casper Sky. So. Entschuldigung nochmal. Jetzt läuft's wieder. Nun, dann gehen wir mal da lang. Sieht genauso aus wie bei der Medusa. Bei der Metal-Dusa. Stimmt, wir können keine Truhen töten. Der Held kann alles. Nur keine Truhen töten. Hallo. Weg da. Auch die Magier sind unbezwingbar. Ähm. Donner. Ach, das bringt gar nichts. Nun denn. Hm. Pro Gaming. Für jedermann. Lalalalalala. Und gleich nochmal. Und nochmal. Ach. Stimmt. Da gibt es ja was. Magie. Und jetzt stirbt er. Äh. Verarschen mich. Wir nehmen den Morgenstern einfach. Weg da. Und schon ist das Problem gelöst. Keine Ahnung, was Dark Lord seine Schergen hier machen. Wahrscheinlich. Rache aus ihm. Habt ihr das gesehen? Die Wand war offen, aber trotzdem konnte ich sie durchschlagen. Okay. Wie geht es lang? Hier will ich. Obwohl. Ich glaube, wir müssen kurz mal da lang. Komm her, Mausi. Mein Mäuschen. Schatzi. Ja, schön. Ja, wir gehen mal da lang. Einfach nur zum Spaß. Es muss doch irgendwas gehen, wo ich nicht durch diese Lava rennen muss. Wo ich dann stirb. Stützig natürlich. Irgendetwas. Ich hätte jetzt gedacht, ich hätte mal irgendwo gesehen, wo jemand den Eiszauber anwendet. Aber da habe ich mich geert. Feuer mit Feuer bekämpfen. Geht übrigens in Mystic Quest. Wir speichern nochmal. Und rennen einfach da durch. Und nochmal. So. Die Tür ist verschlossen. Und ich habe keinen einzigen... Nein. Ähm. Ja. Scheibe. Ähm. Ja. Ich möchte aber da runter. Ich weiß, dass es da noch was gibt, das ich unbedingt haben will. Ähm. Ja. Wir machen jetzt einfach mal weiter. Weil dann hole ich es mir halt offline. Oh, Mann. Wieder super geplant. Oh, das machst du ja super. Ja. Also gehen wir mal hier lang. Und begrüß mal diese komischen Dinger. Diese haben übrigens auch keinen Schlüssel. Hallo. Vielen Dank. Äh. Das ist jetzt dämlich. Das ist jetzt echt dämlich. Ich habe alles, nur keine Schlüssel mehr. Woher bekomme ich jetzt einfach mal so Schlüssel? Hm. Das wäre ein Rätsel. Wie komme ich jetzt an Schlüssel? Ach. Entschuldigen Sie. Ja. Hä. Äh. Also ihr seht schon, ich habe das alles super gut vorausgeplant. Jetzt können wir nochmal raus diesen Typen draußen suchen. Schlüssel holen. Und dann einfach mal die... Können wir da lang? Nein. Ich würde jetzt hoffen, dass irgendwo eine Wand offen ist. Und können wir... Ach, verdammt. Jetzt bringt dieser Morgenstern nichts gegen diese Ölpfützen. Ja, du mich auch. Ja, wenn mein Öl auf den Augenhaut, wird ein Trüb. So. Gehen wir halt mal hier lang. Könnten hier irgendwo Gegner mal auftauchen, die wo Schlüssel bringen. Oder irgendwas ähnliches. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das tut mir jetzt echt sauber leid. Ich könnte mich in den Arsch beißen. Also natürlich nur sprichwörtlich. Amm, 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 amm. Okay. Wir nehmen jetzt mal wieder das Eisschwert kurz. Auf einen Schlag. Das ist sehr gut. Stirbfliege. Hier geht es auf jeden Fall auch mal lang. Das ist schon mal sehr gut. Kurz mal speichern. Ich trau dir einem Frieden nie. Hier. Nein. Stirb. Geh in die Knie. Okay. Ganz schlecht. Komisches Unkraut jäten. Gut. Wir nehmen jetzt mal ein Elixier. Könnte diesmal hilfreich sein, tatsächlich. Lebenszauber wieder genommen. Okay. Weg da, weg da. Gebt mir aus dem Weg. Wir Zecken. Hallo. Triff. So. Das Problem wäre jetzt auch erledigt. Oh, da treffen wir ja unsere Freunde wieder. Hallo. Auch die sind hier vertreten. Und scheint hat sich Julius hier die Dinger geholt. Diese Bazillus irgendwas. Danke. Nächster Level Up. Das geht ja wie im Flug diesmal. Wir nehmen diesmal die Reife, weil das ist das erste Mal, wo mir die Lebenspunkte... Äh, Lebenspunkte sag ich schon. Die Magiepunkte ausging. So. Problem erledigt. Äh. Toll. Hier ist ein Jungbrunn. Warum könnt ihr mir das nicht früher sagen? Gebt mir mal da. Nein. Ich brauch Schlüssel. Gib mir Schlüssel. Du hast Schlüssel. Bin mir sicher. Was hast du? Äh, verdammt. Gibt es denn keine Gegner mehr, die wo Schlüssel geben hier? Ich befürchte auch, wenn wir das Monster bezwingen... Äh. ...dass es nachher keinen Weg mehr durch diese Tür gibt. Das ist meine Befürchtung, ehrlich gesagt. So. Das Problem wäre erledigt. Ach, hier gibt es wirklich nie irgendeinen Schlüssel. Verdammt. Wir brauchen Schlüssel. Ja. Hm. Das ist toll. Ja, es hilft nichts, Leute. Ich glaube, wir sehen uns... ...jetzt immer noch, weil ich diese Gegner vernichten werde. Und dann werden wir eine folgende Pause machen. Ich gehe da mal kurz raus. Hol ein paar Schlüssel. Denn ohne Schlüssel werden wir hier nicht weiterkommen, habe ich das Gefühl. Also das sagt man mir irgendwie. Könnten sie... ...schnellstmöglich eingehen. Also wir sind sehr weit in dieser Folge gekommen. Wir haben auch sehr viel Neues erlebt. So. Nein. Ja. Nein. 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 Okay. Wie gesagt. Wir sehen uns das nächste Mal. Ich tue offline ein paar Schlüssel holen. Also ich gehe praktisch nochmal zurück auf die Insel. Hol ein paar Schlüssel. Von diesen... ...komm ich schon... ...lauen Fritzen. Dann sehen wir uns wieder... ...ich würde sagen einfach am Anfang der Öle. Dann stimmen wir zum Monster vor, werde ich einfach mal sagen. Peace, Leute. Danke.